. 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 Wo bist du auch da unten? Wir sind in meiner Brasselführung getrennt. Aber immer noch eine Radio-Dreise an Terco 1. Ja, Peter, ich bin unterwegs. Ja, 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 ja. Kannst du noch später hören, bitte? Tschööö. Was? Was ist normal? Ja, auch 5 und 4 von mir, ne? Du kommst durch den Brassel auch gleich durch. Ich hör' dich auf jeden Fall gut. Okay, Conor. Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hallo, Peter, bitte. Guten Abend, Conor. Bleib bei mir. Bitte 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 bei mir. Er fragt, wie gibt es dich hier zum Schönen Grüße, Spitzfeuer. Und du bist halt weit weg. Na, Roger, er hat ein bisschen Pech mit dem PLC-Tür und vielleicht klappt es einen anderen, Michael. Na, Roger, so, Mikrofon zu Basti, bitte. Ja, CQ für DFSB und Nebelin-Brandenburg sind noch Station für uns QAV. Ja, 590, kein Problem. Ja, 29 bei mir. Ähm, genau, ja, ich hätte erst mal nach Tempelhof gebrüllt. Ähm, dann hier gleich zu Delta 2 rüber. Hallo, hallo, wo bist du? Kannst du mich hören? Ja, ja, WC ist so portabel, hört, hier oben ein bisschen Akto, man kann auf dem Turm, von daher ganz okay. Äh, 5 und 3, 5 und 3, der Apoche geht weiter. Alles klar, du machst bei mir 6 und 4, so, ja. Ähm, ein bisschen besser als denke bei dir. Ähm, ne, gut zu hören, alles klar, Daumen gedrückt und weitergemacht. Gut, alles klar, werbelung bei den Außenkosten heute, auf dem Kralen zu sagen, ist ja Atlantis. Ich bin jetzt weit mal da rüber. Ja, ja, Achen, komm mal. Ja, Ingo, was möchtest du sagen, 5 und 9? Ja, an die Duo, äh, 5 und 9 bei mir. Ähm, alle gut, das sind super Moderation. Ja, schön. Kannst du mich endlich mal hören quasi? Alles klar, Ingo, freut mich. Ja, tippitoppi. Bist du denn vorhin wieder gut weggekommen hier aus dem hier filmen? Hast du denn Henrik eigentlich noch gefunden? Ja, ich hab ihn gefunden, ich hab ihn nämlich angerufen und da hat er mir die Straße durchgegeben, ne, also von daher. Ja, ansonsten, äh, ist es ziemlich aussichtslos. Alles klar, Ingo. Viel Spaß noch. Danke dir auch. Ähm, der Mikro von Sebastian zurück, vielen Dank. Ja, danke dir. Da waren ein paar Stationen noch unter dir gewesen, die möchten es denn doch bitte noch mal probieren. So, waren zwei Stationen wieder. Maik, Maik, Alpha, konnte ich am besten rauslesen. Hallo, Maik, Maik, Alpha, bis wir Grüße nach Krim. Ja, danke, danke. Die Runde ist viel, viel Runde, die wünscht viel Spaß zurück. Aber erstmal, wenn ich dich nochmal weiterschicken, also bei mir ist erstmal hier fünf und null. Teilweise bewegt sich die Eins und das sind, weiß ich aber nicht, ob das Störungen sind oder ob du das bist. Ihr werft dich mal zum Delta Charlie 2 rüber, mal gucken, wie es da immer geht. Na ja, ich hab schon einen relativ nahen Bereich hier oben, wo es das selte, wunderschön. Unten Abend, einer, 13 Beckenberg Alpha, von, äh, der ich als Charlie 2 rüber habe. Da sind wir hier, äh, das ist eine 5 und eine 7 oder so, also wunderschön. Ja, ich sehe gerade mal sogar die 9 Uhr, alles klar. Ich bin fast zum nächsten Außenkosten, wir haben heute auf dem Fahrlädenberg in Atlantis sitzen. Den, äh, Elgin, die Anlieferung, genau. Maik, zum Alten, bitte. Ja, danke. Ähm, leider kein richtiger Läs, der ist ohne 1, aber super, Radio 5 bringt er hier, ne? Ja, alles klar, mich nerven hier gerade die Flugzeuge so ein bisschen. Mir fliegt eins nach dem anderen rüber und da höre ich jetzt zwischenzeitlich immer nix, wer die so laut sind. Aber gut, ähm, ne, klappt wunderbar, ne? Kann ich nicht meckern. Wo war dein Kutte, ja? Ach, Kostas, Helder, alles klar. Gut, dann, äh, Maik zum Feder. Ja, 5 von 5, äh, äh, der Maik, Maik, Alfa, 5 von 5 hier in Tempelhof. Ja, schönen Abend noch nach Kostafelde. Danke, Mikrofon zu Basti. Ja, denn war unter dem Maik, Maik, Alfa noch eine Station, das war der letzte in der Bande eben, komm mal hin. Ja, die besten Abendröfe zu dir, der, der da Basti gerufen hat, ist O gehört, aber erst mal nach Kostafelde. Ja, komm, Maik, nochmal, du hast auf jeden Fall eine Radio 4 bis 5, Santiago 0, möchte ich mal hin. Ja, weiß, Geislein Matthias aus Kostafelde, kann ich bestätigen. Jetzt sind hier die Lampen aus, die haben jetzt auf jeden Fall eine Radio 5, Santiago 0. Ich krieg dich mal rüber zum Timmenturm. Ja, wunderschön, guten Abend, nach Kostafelde. Ja, wunderschön, guten Abend, nach Kostafelde. Alles Bett, sprich mal nochmal. Ja, ich krieg noch irgendwann das Hintergrund, ich weiß gar nicht, welche Stationen sind, ich finde auch irgendwie cool so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Blumen freuen, ne. Ähm, ja, keine Ahnung. Also 1,3, Delta, Bravo, Charlie, bei mir 5 von 5, ne. Ähm, versuch doch nochmal den Kranichsberg zu erreichen, 1,3, Delta, Bravo, Charlie. Ja, nein, du bist hier zu hören, ne. Ähm, das ist so eine Radio 3, Santiago 0 hier in Woltersdorf. 3 und 0 vom Kranichsberg. Alles klar. So, bitteschön, Basti. Ja, da war noch eine Station dahinter gewesen, die dann möchte ich ja immer mal kommen. Ja, aber die Kaiserstation ist ganz gut geachtet, der sagte runter. Ja, hallo, Kaiserstation, mein 5 von 4 ist hier oben auf dem Teifelsberg zu hören heute. Wo ist dein Kutihaar? Das Kutihaar ist Wahnsinn. Ja, genau, genau. Heute haben wir sozusagen mal mehrere Autoposten noch, ist ja auch immer sehr schön. Dann werfe ich dich gleich mal rüber zum Tümpelto. Peter Hohen, guck, das ruft. So, alles klar, also einen wunderschön guten Abend. Bodenwelle, leise aber sauber und Radio 4, Santiago 1 bis 2, ist auch nicht alle Tage so. Schöne Verbindung heute Abend. Wunderschön guten Abend für dir. Ja, danke, Peter. Ja, danke, Peter. Ja, danke, Peter. Auch die Exzellenten. Ja, ja, trotzdem. Aber das übernimmt. Ja, und gerade ist eigentlich auch irgendeine Anliebe, wenn ich jetzt richtig mitgekommen habe. Ich bin jetzt zehn Minuten drauf. Ja, ja, da oben haben wir den Landsee, den Anlieb. Die sind manchmal direkt weiter da hoch. Oh, Andi, bitte übernimm mal. Oh, da ist Cottbus gerade hinter uns. Cottbus, komm mal. Oh, das ist Leipzig, Leipzig, Peter. Ja, ich bin jetzt schon. Danke für Radio 4. Nein, bei dir Radio 3. Äh, knapp, aber etwas meiste Glück, ne? Und ja, dann bist du gegrüßt, ne? Gut, ich habe hier eine Sumerung auf dem Dach. Und mit dem Rest erzähle ich nicht, was da dran ist. Das darf man nicht sagen. Aber auf alle Fälle freue ich mich, dass auf die Entfernung beim Entschlappel von Sie, dass du da durchkommst. So, ich will es aber nicht übertreiben, sonst wären die anderen sauer. Also, Hingel-Statio und Özti grüße dir nach Pasewalkir. Statt für ein Brasser, wie der Fisch. Ja, ich habe ein Mikrofon. Und ich halte mich wieder. Zum Finale für dir. Wunderbar, Peter, da kommt es dir auch einwandfrei rüber. Dennoch, so dir einen schönen Abend. Ja, alles klar. Danke dir. Und dann sehen wir uns manchmal den nächsten Außenposten oben auf dem Kranichsberg. Ein Alarm des Lächeln. Ja, den Namen grüßen auch nach Berlin-Mohariti vom Kranichsberg-Weathersworth. Der Andi hier im Moment, du bringst dir eine gute 5 und 7. Okay, danke Andi. Auch zu dir geht natürlich Dito und sage dir jetzt doch Bescheid. Alles klar. Dann haben wir die Runde rum, glaube ich. Ich glaube, dann dürfen die anderen weitermachen. Hallo, Herr Sieger. Ah, Mann, jetzt ist mit deinem Namen hier eingefallen. Georg. Ja, danke. Vielen Dank, Herr Dito. Ja, bitte, danke. Dito. Na ja, dann rufe ich dort gleich noch mal rein. CK hier ist das D-Runde Berlin-Brandenburg. Ja, Fisch. Besten Abend grüße zu dir. 5 und 3 heute. Ja, kommst du genau richtig. Meine Frequenzen setzen ruhig. Ich hoffe, du bleibst eine Weile so. Lass dich mal rüber zum Kranichsberg. Ja, das war auf jeden Fall stark. Ich habe gerade auch nicht aufgeguckt. Radio 5 auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, irgendwie eine 7 oder so. Komm mal bitte noch mal hier für den Kranichsberg. Ja, wir haben hier etwas rum, wenn das nicht passt. Ja, genau. Ich kriege dich jetzt auf. 5 und 7. Kein Problem. Ja, dann höre ich mich an. Und zum Tippsdruck. Ja, ich kann es nur höre. Wunderschönen guten Abend nach Westensee runter an die A9. Wunderschönen guten Abend mit der 2 und 0. Hier vom Delta-Charlie 2 von Kabel am Bismarck. Und bei dieser Weg ist der Rapport 2 und 0, oder? Ja, das musst du mit 2 und 0 ohne aufzunehmen. So, danke. Könntest du wieder irgendwas hören? Fisch, konntest du den Zimtentum aufnehmen? Ja, bitte. Alles klar. So, dann mal zum Tempelhof, geht er? Ja, 3 und 1 hier, der Fisch. Trotz QM kam mal rüber. Also, ich sage mal 3 und 1, ne. Nadel steht hier bei 3 bis 4, schwankt aber bis zur 1 runter. Also, 3 und 1. Fisch, schönen Abend. So, Beziehungsmeld. Dankeschön. Mikrofon zu Bastille. Alles klar. CQFD ist das B-Runde Berlin-Brandenburg. Hexler aus Biesdorf. Ja, hallo Hexler aus Biesdorf. Besten Abendröse, 5 und 4. Schönen guten Abend, Bastille. Hier vom Klappstoffen nach Mike Diffel und Biesdorf. Ja, bei mir kommt es bald ein bisschen schwach. Wir sind nicht genau geworden, nicht. Wahrscheinlich mal wieder an dir. Äh, ich putiere 3 und ich stehe. Naja, ist ja wenigstens zu verstehen. Ja, manchmal ist es seltsam, ne? Also, 3, 4. Jetzt noch mal Wege, kennen wir ja. So, dann schmeiß ich dich mal rüber auf den Tümpenturm. Mal schauen, wie du da ankommst. Äh, leise. 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 Und, äh, bisschen dumm. So würde ich mal sagen. Äh, aber rüber noch mit 3 und 1, 5. Und 13, Oskar Tango, 9, 7, 8. Pistrien, 5 und 8, ja. So, ich, äh, Mike zum Beispiel nochmal. Ja, das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Wunderbar. Ja, bei mir natürlich auch 5 und über der 9. Das ist völlig klar. Wieder in einer der besten Modulationen. Da ist ja nichts anderes zu erwarten. Ich herfte mal rüber zum... Oh, ich sehe gerade, ich bin hier verschoben. Ups. Ich herfte erstmal rüber zum Delta-Charlie-Vorpeter und stelle meine Frequenzen hier ein. Ja, das muss ich gerade mitkorrigieren mit der 8. Hab ich mir gerade drüber gemalt. Ja, HI. Nicht ohne HI. Müsstens Ticking auch auf die 8 hinweg, nicht? Gut, äh, Peter, dann mach's gut rein. Wichtig, Delta-Charlie 2. Gleich mal weiter zum Delta-Tor, Peter. Ja, Mario, 5.7. Ich bin ein bisschen geiziger, aber schöne Modulationen, als habe ich immer. Mario, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. So, das kann doch mit 5.1 gehen, ob da die Audios sind. Vielen Dank, Peter, und, ähm, ja, ich hoffe, da ist ja nichts kaputt gegangen am Radio gerade. Hallo, Andi. Ja, Mario, was soll ich dir sagen? 5.9.20 kriegst du natürlich zur Tour darüber, aber wir können uns ja hier auch fast angucken beide, ne? Das denke ich auch. Ja, gut, alles klar. Ja, ähm, ja, dann, der ist nicht laut, ich glaube, was geht, bitte schön, der der die Frequenz wieder drin hat. Ja, genau, ne, ich hatte den Fallschwing noch gedreht, ich wollte hier, äh, ihn anpendeln, aber eigentlich nur mit der Eingangsfrequenz, wenn ich mehr tatsächlich die Ausgangsfrequenz bewegt hab, so ist das immer zu viele Knöpfe halt. Aber ja, eh, CQ für die SSB-Runde, der in Brandenburg. 3.5.1. So, da waren Jürgen und Panko gewesen. Der Jürgen war schwächer, fangen wir mal mit dem an. Jürgen? 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 Ja, das passt nicht. Ich bin hier und alle nach Vier und auf dem Plan. Ich wünsche euch alles gut und auf euch bei euch. Eure Hori. Ja, vielen, vielen Dank. 5 und 6 bis 7 hat sie hier bei mir. Wie immer, alles wunderbar. Dann wollen wir mal gucken. Ich lasse sie jetzt mal auf dem Kranichberg. Der ist ja noch ein bisschen näher dran auf jeden Fall. Na, näher auf jeden Fall. 5 und 5, ne? Zumindest näher als der Tümpenturm. Würde ich jetzt mal schätzen. Also 5 und 5 ist doch schön. Na denn zum Tümpenturm? Ja, danke für das Mikrofon. Auch hier Hosenbult am Wasser. Hörhunde. Radio 4 in 5. Santiago 3. Roger. Ich bedanke euch für diese Ergebnisse. Ja, wir gehen. Wir gehen. Und wir gehen. Danke. 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 Danke.